Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Yeah! So, wir sind hier am Flughafen, haben ja im letzten Part die Flugschule absolviert, das war ja ein Krampf, da hab ich ja eine Stunde, knapp über eine Stunde dafür gebraucht einige von euch haben kommentiert eine halbe Stunde haben manche gebraucht 45 Minuten, also war ich echt ein bisschen miserabel dran, aber egal, Komet steht hier noch, dem wollte ich eigentlich offscreen in der Garage fahren, hab ich allerdings jetzt nicht gemacht, krieg ich jetzt einen Stern? Nee, chillig Nice! Fängt der Part an, also gut, fängt er an wollte ich sagen und die Flugschule bräuchte ich eigentlich gar nicht zu machen, für den Überfall, hier da mit dem mit dem Hochseedingens da, mit dem Tank Tank? Mit dem Schiff? Okay, gut, ah, den hätte ich gerne aber ich hab jetzt hier keine Garage, außer hier in unserem Haus, aber wenn ich jetzt hier hinfahre wird das wird, äh, ist das weg? Moment Was ist das denn? Was, den können wir kaufen? Moment, da will ich kurz hinfahren wenn nicht, scheißen wir auf den Komet der Part fängt scheiße an scheißen wir auf den Komet und wir finden mit Sicherheit nochmal einen weil ich kann den nur mit Franklern in die Garage da in der Grove Street parken So, wo kann ich den kaufen? Wenn du kurz gucken, wie viel der kostet Okay, der kostet viel Einsteigen Wir fallen wieder weg Ich hab so viel Geld nicht Naja, äh, wir wollen anfangen Was wollte ich machen? Also Flugschule hab ich ja gemacht in den letzten beiden Parts, ähm die musste ich aber machen für die 100% war, hab ich doch richtig gesagt Allerdings, wie gesagt nicht für den Überfall Da fahren wir jetzt hin Achso, das ist Trevor Scheiße Okay, gut Wir scheißen auf den Komet Ist mir jetzt egal Und wechseln zu Trevor Dann Ich möchte jetzt hier den Raubüberfall machen Es haben auch einige kommentiert, dass ich ne nicht so gute Variante gewählt hat hab, dass die andere besser wäre Ja, aber ich wollte eh irgendwie alle zeigen Ich hoffe, ich kann die Mission dann nochmal machen Ich glaube schon Lasst euch einfach überraschen Was alles so kommt Äh, er hat anscheinend Hunger Ja Er ist wieder aggressiv Hat jetzt echt in der Mülltonne nach Essen gesucht Ja, und auch so viel Geld Wie viel Geld haben wir? Äh, ich glaub 33.000 Wenn ich das jetzt von hier richtig sehe So kleinen Zahlen Das ist ein bisschen nervig Und das Auto steht da Okay, da ist ein Randaler Brauchen wir nicht zu machen Aber mache ich trotzdem so Ja, da ich, äh Müssen wir mit uns im Auto da hinfahren Ja, da ich, äh Ich beende den Satz gleich Wait Moment Ich glaube den Warte, ich lese jetzt mal Wait Der einzige Ort Wo man ein Heli kriegt Wie du ihn brauchst Boss Ist fort St. Kula Glaube ich Halt auch schauen nach Gebiet Ich kann das von hier nicht lesen Vielleicht Ja, ich soll den Heli klauen Mehr hab ich nicht verstanden Ich soll Ausschau halten Okay, anscheinend Da soll ich hin St. Kula ist das nicht hier oben? Ah ja, das ist hier oben Da soll ich hin Aber machen wir jetzt nicht Wir machen Die vorbereiten HS Das ist die Vorbereitung Tauchboot Sollen wir klauen Ja, ich muss ja beide machen HS sind immer die Vorbereitung Okay Irgendwas wollte ich ihm sagen Ähm Falsch gefallen Irgendwas wollte ich sagen Wenn ich doch Lieber zuerst das sagen soll Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Ich guck mir den Part an Und dann Weiß ich das wieder Bin jetzt die ganze Zeit Am überlegen Was das war Achso Ich glaube Da ich Nix offscreen mache Und immer Da den Part beginne Wo ich ihn beende Also irgendwo Dauert das halt Bis wir Missionen machen Wir haben jetzt schon wieder Vier Minuten Haben noch nichts Auf die Reihe gebracht Weil ich halt viel laber Kennt man ja von mir Und halt Immer unterbrochen werde SMS Und keine Ahnung Und dann wechseln muss Und dann wieder Wie du so kannst Ja, so ist das halt Wenn man nichts offscreen macht Alles zeigt Aber ich glaube Das findet ihr auch besser Wenn ich da alles zeige Und ich finde das auch besser Ich kann dann direkt aufnehmen Muss nicht erst offscreen Irgendwohin fahren Und speichern Und Ist ja das Gute Dann Ich kann ja speichern Überall Und das heißt Ich muss gar nichts Offscreen machen Ich kann ja direkt Dann die Aufnahme Neustarten am nächsten Tag Da wo wir aufgehört haben Da man ja überall speichern kann Muss ich nicht In der Aufnahme Zum speicherhaus fahren Muss nicht offscreen Zum speicherhaus fahren Alles supi Gefällt mir sehr gut Mit dem schnell speichern Hier Geht natürlich auch Viel zeit drauf Mit action Aber komme natürlich Dann auch viel Viel Ich bezahle lieber jetzt Muss ich bezahlen Habe ich bezahlt Keine ahnung Ich weiß nicht Ob was passiert wäre Wenn ich einfach Durchgefahren wäre Ich glaube ich bin sogar Gleich da Aber Der gefällt mir irgendwie besser Obwohl naja Geht eigentlich Was ist das denn für ein Auto Penumbra Oder Perumpa Für irgendein Oh Wegen Beim scheiß Auto Alter Komm jetzt Jetzt ist gut Ich schlag doch gar nicht mehr Komm Oh wie viel Waffen Zeig ich glaube ich immer So wichser Man 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 sind die nervig So tauchboot sollen wir holen Hauen wir das Ja ich weiß nicht was da der Unterschied ist Das finde ich halt auch ein bisschen schade Dass man nicht immer alles dann zeigen kann Auf einmal Wenn man verschiedene Möglichkeiten hat Hol dir das Tauchboot Oh gut dann holen wir uns das Ah da oben So unter Wasser und so waren wir noch nicht Ich glaube ich bin hier Völlig falsch Ich glaube ich muss da auf Schiff Da haben wir doch Fotos gemacht ne Von den Wachen Wie mache ich denn das am besten Kamikazumäßig Aber bei dem Spiel Kamikazumäßig ist böse So ein bisschen nochmal umgewöhnen Ich habe eben GTA 4 aufgenommen Also Lost in Damp So erstmal an der Nase kratzen Ich glaube Was ist das rote Das ist ein Ah ja ich muss zum grünen Denke ich Oh nicht zu laut Die roten sind die Wachen Okay Tauchboot absetzen Bis hierhin Bis hierhin war das ja noch leicht Ah mit dem kann man ja tauchen Macht ja Sinn Bei dem Namen Tschüss Was Bin ich jetzt aufs Tauchboot gefallen Das war wieder so ein typischer Gunafail Einfach mal runterspringen Weil da noch Wache ist Ich dachte so geht es schneller Und ich glaube ich bin sogar Aufs Tauchboot gesprungen Weil sonst würde das keinen Sinn machen Och Manu Ich war ja Ich wäre ja dann ins Wasser Jetzt ist da natürlich eine Wache Ich packe es nicht Ich wäre dann ja eigentlich Ins Wasser gesprungen Und da stirbt man doch nicht Aber ne Ich springe aufs Tauchboot Geiler Scheiß Gehen da lang Das ist jetzt nervig Okay So wir gehen mal Ja ein bisschen Da können wir schauen Warum hängt das da auch So nochmal Gott sei Dank sind wir hier direkt Aber ich will da Ich will da runterspringen Aber nicht aufs Tauchboot Komm schon Das muss doch gehen oder Ja natürlich Habe ich das eben jetzt erwähnt Dass wir noch nicht so getaucht sind Es gibt ja Haie und so Noch gar nicht gesehen Außer in Videos halt Okay Da bin ich jetzt mal gespannt So unter Wasser Kann man ja Da gibt es auch so unter Wasser rennen Wie fährt man das jetzt Moment ich muss kurz Da umwurz Ah da hin Okay Okay dann fahre ich schnell Was auf schnellst Achso Oh Ey das ist ja mal irgendwie komisch Aufzustellen Okay Absinken Ja Klop Ah ja Klappt auch Okay Oh das sieht langsam aus Aber ich glaube Ist gar nicht so langsam Oh ich glaube hier nicht zu nah X war hoch Ja genau Mal schauen was es hier alles so Zu erkunden gibt Im Wasser Werden wir dann auch noch Alles sehen im Laufe des LP Und ich will einmal vom Hai Gefischt werden Äh so getötet werden Ich stehe ja nicht so auf Tiere Also gar nicht auf Tiere Also nicht sexuell auf Tiere So jetzt haben wir es Äh hoch Hoch mit uns Und äh Ja wie gesagt So rennen gibt es Irgendwas habe ich glaube ich gelesen Irgend so was tauchrennen Ich weiß es nicht mehr Triathlon haben wir gesehen Also habe ich schon erwähnt Den habe ich oft schon mal gemacht Hat auf Anhieb geklappt Aber wenn ich aufnehme Klappt das wahrscheinlich nicht Auf Anhieb Ich fahr ein bisschen komisch glaube ich Das sieht in der Aufnahme jetzt bestimmt scheiße aus Irgendwie So tief ist das gar nicht gut Wir sind ja direkt am Ufer Aber dauert Schon ein Stückchen Bis man da mal am Ziel ist Aber da Müsste eigentlich Moment ich gucke lieber nochmal Ja genau Noch weiter fahren Nicht dass ich jetzt hier reingefahren wäre Das wäre ein Fail gewesen Aber das sieht man jetzt hier Jo Das könnte Könnte ein Stückchen dauern Geht das echt nicht schneller Wie sieht das aus von hier Jejelek Aber das habe ich mir ein bisschen geiler vorgestellt Um ehrlich zu sein Aber hier sind wir immerhin sicher vor High Hat das Ding kein Radio oder so Ne War die Falschtaste Ja gut bei dem Steuerkreuz auf Xbox Da drücke ich meistens falsch Weil ich drücke da einfach drauf Und ich habe so dicke Finger Dass ich da alle Tasten drücke Nach links, nach rechts, hoch und runter Kennt man ne Ja So Ja viel können wir heute auch nicht wieder bringen In dem Bad Wenn wir jetzt schon 13 Minuten haben Da muss ich hin Aber Heli glauben wir auch jetzt Ah ne Heli glaube ich Glaube ich lieber noch nicht Weil sonst fängt glaube ich Die nächste Mission schon an War ja Das letzte Mal so beim Jubilierraub Jubilierraub da Sobald man die letzte Vorbereitung da gemacht hat Ist die Mission gestartet Aber ich könnte ja dann schneiden Hab ja vorher eigentlich noch ein Part jetzt aufzunehmen Hinterher hart Für morgen Und so ne Wisst ihr Muss ich halt viel aufnehmen Obwohl sich viele beschweren oder so Ich soll mal mehr GTA hochladen Hallo ich lade GTA 5 eigentlich jeden Tag hoch Außer wenn ich gerade nix hochlade Weil ich keine Zeit habe Aber sonst kommt das öfters als alle anderen Projekte Deshalb verstehe ich nicht warum manche schreiben Lad mal mehr GTA hoch Lad mit Sicherheit keine zwei Parts GTA 5 So Da kommt der Haken Das war easy eine Wache war da Die hat uns nicht mehr gesehen Trotzdem sind wir gestorben Das sieht aber lässig aus Das Ding aus dem Wasser Achso wir haben noch gar nicht 13 Minuten Ich hab eben falsch geguckt glaube ich Der Laster Ist das uns noch? Haben wir den geklaut? Weiß gar nicht mehr Doch ich glaube wir haben sogar den Laster geklaut Kann sein oder? Was machst du denn? Es ist fertig Los geht's Los geht's Alles klar Los geht's Ist er direkt da? Ja ich bin am überlegen Ob ich doch noch den Heli klauen soll Und wenn dann die Mission starte Kann ich dir am letzten Tag zeigen Wird eigentlich gehen Heli klauen Ich denke das ist auch nicht so schwer Also bisher die Vorbereitungsmission War ja eigentlich immer nur was klauen Ja bis auf glaube ich die Ne war das die Inspektion Das Juvediers War das mit Vorbereitung Ne ich glaube das war die Startmission Und dann kam erst die Vorbereitungsmission Genau Oder? Ich weiß nicht Weiß nicht mehr Doch doch Ich glaube schon So Lagerhaus Ja doch da waren wir ja schon mal So Hallöschön Ich bin ich drin? Ja ja Ich bin drin Ich steige aus dem Lester Äh Lester Ein bisschen Tschüss Da rennt er Was ist jetzt mit mir? Scheine mir jetzt nicht mehr Ist mir ja scheißegal Was soll ich denn machen? Ey Idiot Der fährt wie ich Ah Ich denke das war's Bestanden Okay 15% Ja Das ist nicht an Bord Achso Was? Egal Schatz So Dann will ich sagen Auf was habe ich jetzt gewartet Ich habe keine Ahnung Ich habe auf irgendwas gewartet Wie kommen wir am schnellsten jetzt da hoch? Fliegen dürfen wir nicht Taxi Moment Ihr habt gesagt Ich kann auch Taxi rufen mit dem Handy Das mache ich jetzt zum ersten Mal Kontakte ist das da drin Ah ja Tschüss Damit wir das auch mal sehen Hat er gerade gesagt vorgestern? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet Ja dann Wait Okay Äh Was ich sollte daran nennen Dass wir diesen Heli aus Ford St. Kuda brauchen Hast du bestimmt Nicht vergessen Ne 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 Das habe ich jetzt vor Ich habe das ja schon markiert Hoh Over here you freaking dick Hey How's it going? Gedrückt Geht das? Hey Ich habe eben so ein gedrückt gehabt Was ist das denn? Fahr mich da hin Das Man kann Taxi Mission machen Habe ich schon mal erwähnt Aber die braucht man nicht Ey was ist das denn? Nochmal Das habe ich bisher noch nie hinbekommen Ich habe Y gedrückt gehalten Vielleicht war ich zu nah an der Autotür Ja der nächste Wir sammeln uns jetzt hier ein paar Taxi Wagen Wenn es Wieder nicht klappt Von wo kommt der Ich will sehen wie der anfährt Hat jetzt auch wieder Zeit gekostet Wo? Was? Da ist er Okay Was ist das denn? Was ist das denn? Ach nee Nein Ich habe falsch gelesen Oh was ist das denn? Ich habe jetzt echt Nur drüber gelesen Und halt mit dem halten Das ist sonst immer Halten ist einsteigen In GTA 4 Und jetzt ist halten auf einmal klauen Gut man muss richtig lesen Aber ich habe da wie gesagt Nur drüber gelesen Weil ich dachte Ja es ist wie ein GTA 4 mit dem Y halten Aber müssen die ja eiskalt ändern Damit sie mich verwirren Weil ich ja nicht so immer lese Richtig Egal dann das nächste Taxi Irgendwann habt ihr keins mehr Ich glaube jetzt alle eure Taxis Da ist es doch So Jetzt gucken wir nochmal Und lesen jetzt ganz in Ruhe Um als Fahrgast Ja Geht doch Warum? Warum Rockstar? Warum habt ihr das geändert? Ich bin doch so verwirrt Teurer Überspringen Überspringen Ist mir scheißegal Wie wird das kostet Das hat mir jetzt zu viel Zeit gekostet Mann 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 Das war wieder so ein Gunafell Schon der zweite in dem Part Typisch der Gunafell Dafür bin ich bekannt Kommt hier die auch rauf Ihr habt mich auch beleidigt Ihr Schweine Dass ich so inkompetent bin Und verwirrt Und ihr wisst nicht Was in meinem Kopf Los Vorgeht Ihr Wichser Nicht was Ja stimmt Ich bin extrem verwirrt manchmal Was soll ich denn jetzt hier bitte? Wo hast du mich rausgelassen? Was ist das denn? Da wollte ich doch gar nicht hin Ne oder? Och kommt Leute Du kommst Her Achso da darf ich gar nicht lang Steht mal aus Ich möchte Ne Moment Jetzt Ne jetzt Das war jetzt falsch Aussteigen Oh Wichser Heute klappt auch echt gar nichts Bei mir Mit dem scheiß Taxi Dann klauen wir Wir laufen jetzt einfach Aber das ist wahrscheinlich böse Ne? Okay Ich glaube ich kriege ja Sterne Kann das sein Hier ist Sperrgebiet Ne Moment Ich glaube das war nicht so gut Das war nicht so gut Das war jetzt Falsch Ich glaube das habe ich falsch angegangen Scheiße Das ist cool Sicher Shit Shit Oh manu Das mache ich so was von behindert gerade Ich brauche ein Auto Da ist ein Auto So behindert Jetzt habe ich schon Sterne Ich hätte schon mit dem Auto Reindüßen können Aber ne Ich bin ja zu dumm dafür Ich komme mich leider jetzt am besten hoch Toll Oh man Und so viel Energie schon wieder verloren Hört mal auf zu schießen Der ist doch bestimmt abgesperrt von hier oder? Ja der ist abgesperrt Scheiße das war wieder so dumm Warum stehen hier eigentlich Autos? Hey Was mache ich hier? Ich will ja gar nicht aufhören Ich will ja richtigen die Straße benutzen Verpiss dich Mein Auto Gut Gut jetzt müssen wir auch ein bisschen fahren Weil ich so dumm dafür bin Na ach manu Da komme ich nicht rein Oh wie dumm Ich hätte einfach durchfahren können Und gut ist Aber ne Muss ja jetzt hier Tausend Umwege Fahren Wie werden das jetzt auf der Karte angezeigt? Ah da komme ich rein Denke ich Aber Ich glaube wäre besser gewesen wenn ich von der anderen Seite Reingefahren wäre Oh Komm ich da hoch? Da ist ein Tunnel Da komme ich Komm ich Probier es jetzt Komm ich da nicht durch einfach? Alter das ist doch Sperrgebiet hier Militärgelände Wie soll ich da Bitte tue ich Die schießen mich ab wie eine Sau Habe ich doch schon mal gemacht So versucht Was? Okay Oh was ist das denn? Heute klappt überhaupt nichts Was ist das denn? Treber 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 stirb jetzt nicht Steh auf Was zum ist Was passiert heute? Ich bin heute extrem irgendwie behindert Jetzt könnt ihr wieder kommentieren Ihr wisst nicht was in meinem Kopf vorgeht Oh Das da ist jetzt gefährlich was ich mache Oh man Oh Jetzt Jetzt lasst mir doch mal ein Auto da Ihr Schweine Ich will nicht überfahren werden Hier kann man sich kein Auto mobsen Heute habe ich angehalten Uh Meint ihr irgendjemand trifft mich? Ah der hält an Sehr schön Geht doch Mann Immerhin Ich schwöre euch Ich hole den Hier jetzt noch in dem Part Ich pack das Ich bin ein bisschen weniger Energie Aber ich schaffe das Ich glaube geiler geht so die Müsse und behinderte an Als ich oder Fater Extrem Aber das ist ja Was euch immer freut Und macht das ja alles extra Natürlich Ja klar Aufs Geh mir hat mir das nicht passiert Auch wenn ich so für mich gespielt hätte Ich schwöre So War nur wegen den behinderten Tasten Drücken damit Einsteigen Und Taxi halt Wo ist der? Ah der blaue Okay gut dass es beides gleich Nein also ist ja Scheißegal Aber Wie soll ich denn das bitte schaffen? Wenn ich sterbe Habe ich Pech gehabt Eh ist klar Eh ist klar Weh die kommen mit Panzer Dann töte ich euch Nein Jetzt muss Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne Jetzt muss da gerade irgendwie ein Felsen sein Und noch ein Felsen Das sind viel zu viele Leck mir die Kimmer Steig doch in den scheiß Heli ein Was ist dein Problem? Wo bin ich? Ich war immerhin nah dran Jetzt bin ich hier ohne Auto Ich packe es nicht Taxi Toll Aber jetzt die ganze Zeit umsonst Warum bin ich nicht einfach irgendwo runtergesprungen Dann wäre ich wieder hier gewesen Nix zwei Minuten Schneller hier Ich gucke auf die Uhr Zehn Sekunden Wo läuft die Uhr ab da? Bis 45 habt ihr Zeit Sind da ungefähr zehn Sekunden Ist ja nicht genau eine Sekunde glaube ich Ihr wollt mich verarschen oder? Ihr wollt mich verarschen Wo ist das scheiß Taxi? Nix zwei Minuten Ich hab keine Zeit Hä? Moment Da ist ein Taxi Ich lift gleich deine Mutter Oh ne, oh ne, oh ne Fixer Fixer Was ist heute los mit mir? Ich bin nur am feilen Das wird ein übermonsterpart Normal Ne, nicht nochmal Wir beenden jetzt hier den Part Und ich versuche das einfach im nächsten Part Weil es ist mir jetzt zu behindert Keine Ahnung wie ich das jetzt anstelle Ich hab das so behindert gemacht Ich versuche es im nächsten Part Und äh Mal gucken Vielleicht schaffen wir das direkt Und können dann den Überfall direkt machen Mal gucken Ich würde sagen Das war's für diesen Part Wir sehen uns im nächsten Macht's gut Und ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Hooray Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.